Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Das Angespiel zu Melendia ist zwar zu Ende gegangen, aber ich werde den Spielstand, den wir hier mit Schweden erreicht haben, heute Abend im Stream auf Twitch ab 19.30 Uhr weiterspielen. Und darauf freue ich mich schon sehr, denn es gibt so viel Neues zu erkunden. Wir sind in einem neuen Zeitalter mit vielen interessanten Forschungsoptionen, sogar mit der Möglichkeit, selbst ins Zeitalter der Entdeckung zu kommen. Etwas, was ich gerne anstreben möchte. Wir selbst haben als Nationalgeist ja die Entdecker gewählt. Wir können jetzt Naturwunde erkunden. Wir bekommen, glaube ich, ein Entdeckungsmarines Schiff, was bestimmt auch cool ist. Und, und, und. So viel Neues, was wir tun können. Also, das alles und mehr heute Abend 19.30 Uhr auf Twitch. Das Ganze werdet ihr spätestens am Dienstag auch auf Steinwallen Uncut nachschauen können. Dienstag ist ja im Übrigen der Tag, an dem Melendia dann auch herauskommt. Wichtig, der Stream heute Abend ist ein gesponsorter Stream von Paradox. Allerdings werde ich wie gewohnt das Geld komplett spenden. Und diesmal geht es an die Organisation Care in Action, die sich um Waisenkinder in der Ukraine kümmert. Dazu später heute Abend auch noch mal mehr. Also, vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich freuen. Bis 19.30 Uhr. Macht's gut. Euer Steinwall. Bis 20.30 Uhr. Vielen Dank.